Servus Jahn-Fans, hier ist Leon Gouwara. Ich bin 24 Jahre alt und komme vom FC Utrecht. Ich freue mich auf die Herausforderung und kann es kaum erwarten, euch im Stadion hier zu sehen. Also ich habe ja schon vor vier Jahren mit Kaiserslautern in Regensburg gespielt und auf jeden Fall ein super Eindruck, schönes Stadion und was jetzt noch fehlt, sind die Fans und dass die Saison, dass die Spiele losgehen. Ich bin Linksverteidiger, wie gesagt Verteidiger, das ist ja auch schon in dem Wort drin, das Verteidigen, aber ich würde mich auch als offensiv starken Außenverteidiger sehen, auch dass ich Offensivdrang habe, aber natürlich zugleich nicht die Defensive vernachlässigen, weil im Endeffekt bin ich ein linker Verteidiger und meine primäre Aufgabe ist es zu verteidigen.